Auf jeden Fall da war er zum ersten Mal. Hat schon lange gedauert, die Antwort war. Ich kann es doch noch mal ganz kurz machen. Pass auf, ich mache es jetzt ganz kurz und knackig. Wir haben Mozelektor von Berlin. Oft hört sich ja auch so ein Mozelektor-Track relativ simpel an. Und deswegen knallen die auch in der Live-Version so wahnsinnig doll, weil es halt aufgeräumte Musik ist, die irgendwie auf dem Punkt ist. Harte Arme. Flirrendes Grundrauschen. Ich war einfach entsetzt. Schari und ich sind ja auch ein sehr ausgeglichenes Pärchen. Da kann ja eine, was der andere nicht kann. Bzw. ist es so ergänzlich. Hupi, aufstehen! Es ist immer noch ein Prozess und das ist halt das Spannende. Macht einfach immer noch Spaß. Sie teilen ja ihren Erfolg mit anderen. Und da steckt Energie und das ist auch gut für Berlin. Das Beeindruckende an Mozelektor ist für mich diese Vermischung aus Zugänglichkeit und Radikalität. Die Polizei ist hier. Hey guys, thank you very much. Thank you. Bye. I'm über Jochen! perceive。 Sie haben sich nicht gewon trillion. Sie werden aufgeräumt. Sie werden aufgeräumt. Sie werden aufgeräumt. Sie werden aufgeräumt.